Sharia, die islamische Ethik des Zusammenlebens Ein Vortrag von Murad Wilfried Hofmann Im Laufe der Zeit haben sich hunderte arabische Wörter in der deutschen Sprache eingenistet, darunter Vokabeln aus dem religiösen Bereich. Einige davon, wie Moschee, sind klanglich kaum wiederzuerkennen. Dieses Wort kam vom arabischen Mesjid über das spanische Mesquita und das französische Mosquee, schließt sich bei uns an als Moschee. Dafür entspricht seine Bedeutung im Deutschen durchaus derjenigen im Arabischen. Das gleiche kann man vom Koran im arabischen Koran sagen. Umgekehrt verhält es sich mit den Vokabeln wie El-Islam und El-Sharia. Diese spricht man hierzulande zwar wie im Arabischen aus, ist sich aber über ihre Bedeutung im Unklaren. Insbesondere die Bedeutung des Wortes Scharia wird in Deutschland, aber nicht nur hier, verkannt. Gemeinhin versteht man darunter ausschließlich die Körperstrafen betreffenden Vorschriften des islamischen Strafrechts. Selbst dabei macht man noch den Fehler, der Scharia-Strafvorschriften wie das Steinigen von Ehebrechern anzulassen, die es zwar im Alten Testament, im Koran jedoch nicht gibt. In Wirklichkeit ist Scharia ein umfassender Begriff für sämtliche Normen und Bräuche, welche das Verhalten des Menschen regeln gegenüber Gott, der Umwelt Mensch, Tierwelt und Natur sowie sich selbst. Dem entspricht die mythologische Bedeutung der arabischen Sprachwurzel aus der Scharia, abgeleitet ist nämlich Weg zur Tränke, also letztlich Weg zum Heil. Gemeint ist somit die Gesamtheit der geoffenbarten Anleitungen zum richtigen Leben, welche den Islam bekanntlich zu einer alles umfassenden Lebensform machen. In diesem richtigen Sinne gehören zur Scharia also nicht nur das gesamte islamische Strafrecht, sondern die gesamte islamische Rechtsordnung, einschließlich religiöser Riten, Sittengebräuche und Regeln der Etikette. Auch Angelegenheiten des Taktes und der Gastfreundschaft im menschlichen Miteinander. Kurzum, Scharia ist alles, was der Muslim als Religion, Recht, Ethik und Moral zu beachten hat, vieles also auch im nicht-justizibialen Bereich. So gehört zur Scharia auch die Förderung von lobenswerten Charaktereigenschaften, Al-Ahlak und der Herzensbildung, Al-Adab. In diesem Sinne ist Scharia die das gesamte Verhalten des Gläubigen bestimmende Konsequenz aus seiner Religion. Die Muslime meinen, dass jede echte Religion Konsequenzen haben muss, glauben also nicht, dass sich echte Religiosität auf das sogenannte Forum Internum beschränken kann. So gerüstet können wir uns nun der Scharia zuwenden, welche sich mit den Rechten anderer Menschen zu dem Einzelnen gegenüber Al-Haqq al-Nas befassen. Dabei geht es nach Koran und der Sunna des für alle Welt vorbildlich handelnden Propheten Mohammed um das Verhalten gegenüber Eltern und Verwandten, Nachbarn, Gästen, Reisenden, Waisen und Armen, Verwandten, Freunden und Glaubensgenossen, Respektpersonen und Andersgläubigen. Es wird nicht verwundern, dass diese Verhaltensregeln fast ganz mit denen aus anderen Kulturen übereinstimmen. Schließlich ist die menschliche Natur, El-Fitra, die gleiche. Ich werde also nur Besonderheiten vortragen. Der Koran fordert häufig dazu auf, Eltern, Verwandten, Waisen, Armen und Waisengutes zu tun. Privilegiert also Eltern insoweit nicht. Allerdings fordert das Heilige Buch die Muslime besonders dazu auf, ihren Eltern Gutes zu tun. Sie testamentarisch zu bedenken, ihnen Güte, Dankbarkeit und Gehorsam zu erweisen und ihnen zumal im gebrechlichen hohen Alter Barmherzigkeit zu zeigen. Die Verse 23 und folgende der Sure 17 sind recht konkret. Zitat Sag daher nicht Pfui zu ihnen und schelte sie nicht und rede mit ihnen auf ehrerbietige Weise und bedenke sie demütig mit den Flügeln der Barmherzigkeit und bitte